Musik Entschuldigung, sagen Sie Pop-Stories, was machen die da genau? Also ich nehme an, das sind zwei Programme in einem, also zum einen Musik und Geschichte. Aha, aber der eine hat ja ein Instrument da oben, ne? Ich nehme an, dass der die Musik macht. Und der andere hat keins und? Der wird wahrscheinlich die Geschichten lesen. Und Welthits und ihre Geschichten und vielleicht ist das ja auch noch die Entstehungsgeschichten mit dabei, ne? Da gehe ich von aus, dass man da so ein besseres Verständnis von kriegt. Weil diese Pop-Songs, die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Aha, das klingt ja interessant, ne? Oder ist das ein Konzert und auch eine Lesung? Genau, also zwei in ein. 15 Euro? Damit kann man da nichts von sehen. Da gehe ich ein. Das ist nicht, das gehe ich jetzt. Da gehe ich mir eine andere Seite. Ja, vielen Dank. Seine Arm nach, bene. Seine Arm. Bleib aus. »